Setz dich aufrecht und bequem hin, deine Hände ruhen auf deinen Oberschenkeln, deine Nase zeigt zum Bauchnabel und deine Füße haben Kontakt zur Erde. Lass deine Gedanken kommen und auch wieder gehen, halte nichts fest und bewerte nichts. Beobachte deinen Atem, fließt er ruhig und gleichmäßig, fällt dir das Ein- und Ausatmen leicht, hebt sich dein Brustkorb und dein Bauch, kannst du frei durchatmen oder hältst du den Atem an oder stockt er. Nimm ihn einfach nur wahr und verändere nichts. Nun lass deinen Atem tiefer werden. Beim nächsten Einatmen darf dein Atem bis tief in deinen Bauch hineinströmen. Stell dir vor, wie sich mit jedem Atemzug ein warmes und goldenes Licht in deiner Körpermitte ausbreitet. Jedes Einatmen schenkt dir Kraft, jedes Ausatmen schenkt dir Entspannung. Mit deinen Atem baust du eine Brücke zwischen Körper und Geist. Du bist im Hier und Jetzt. Du bist im Hier und Jetzt. Komme jetzt mit deiner Aufmerksamkeit zwischen die Augenbrauen. Entspanne dein Gesicht, deine Nase, deinen Mund, deine Wangen sind ganz entspannt, dein Kiefer ist entspannt. Verlagere deine Aufmerksamkeit nach vorne, etwa einen Meter vor deiner Stirn. Das ist ein Gefühl, als ob du dich nach außen ausdehnst. Es entsteht ein Gefühl von Weite und Leichtigkeit. Gehe jetzt mit deiner Aufmerksamkeit zu deinen Ohren. Höre eine Weile auf weit entfernte Geräusche. Lausche bis an den Rand des Himmels. Deine Gedanken treten in den Hintergrund. Dein Atem ist ohne Absicht leicht, tief und lang. Es entsteht ein Gefühl von Raum und Ruhe. Nun lass ein sanftes Lächeln entstehen, so wie du einem kleinen Kind oder einem geliebten Menschen zulächelst. Sanft, freundlich, warm und ruhig. Du lächelst aus den Augen. Du lächelst aus deinem Scheitel. Du lächelst aus den Herzen. Unser liebevolles Lächeln breitet sich im ganzen Körper aus, bis zu den Füßen und bis zu den Händen. Und wenn es den ganzen Körper ausfüllt, darf es noch weiter. Es strahlt über jede Pore deiner Haut hinaus. Komm jetzt langsam wieder zurück und nimm bewusst wahr, was um dich herum ist. Öffne langsam deine Augen und recke und strecke dich.